Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Hier sind wir wieder am Start. Ich wünsche euch einen wundervollen guten Tag und freue mich natürlich, dass ihr wieder am Start seid. Und wenn ihr vielleicht das gleich schon seht, ich bin schon in der Mine, bin schon voll gefarmt. Ja, ich habe das alles geskippt für euch. Das sind mehrere Stunden Farmen gewesen. Zwei Stunden, glaube ich. Deswegen geskippt, nur für euch. Und ja, und dann machen wir halt weiter, nachdem ich gefarmt habe. Und dann würde ich sagen, fangen wir sofort an. So, meine Freunde, hier bin ich wieder am Start. Und es ist ein wenig Zeit vergangen. Für euch nicht. Für mich schon. Ich habe jetzt hier alles nicht reingepackt, aber für uns, oder für mich, sind ein paar Tage sogar vergangen. Es kam ja jetzt ein bisschen eine kleine Folge. Zwei Tage, glaube ich. Aber ich habe gefarmt in der Zeit und habe auch was erreicht. Wir haben acht Diamanten. Wir haben fast vier Stacks Iron. Also ich habe hier fast komplett alles weggefarmt. Und ja, jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie rausfinden. Hat alles ziemlich lange gedauert. Und nebenbei, jetzt wird kurz bei euch ein kleiner Blackscreen. So. Glaube ich. So. Und zwar wird gerade das neue Assassin's Creed revealed. Ja. Und das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. Und ich freue mich da schon mal heftig drauf. Aber ich muss nebenbei noch irgendwelche Fragen beantworten. So wie ich hier gerade gucke, weil ich noch nebenbei in den Stream gucke, damit ich schon mal bessere Inhalte bekomme für das neue Assassin's Creed. So ein Ding ist das nämlich. Aber auf jeden Fall, ich habe Bock. Und wir müssen jetzt hier wieder raus. Ist nur die Frage, wie kommen wir hier raus? Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Ich habe mich jetzt auch einen Tag wieder später eingeloggt. Ich habe gestern das alles gefahnt. Ähm. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Letztes Mal wollte ich mich hoch... Ich will schon keine Pussy sein, ne? Auch wenn... Ich war schon letztes Mal keine Pussy, bin gestorben. Deswegen, äh... Sind wir auch dieses Mal keine Pussy. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie rauskommen. Ähm. Ich habe nur keine Ahnung wohin. Und hier ist ein Enderman. Ah, you're for me. Ich habe dich nicht ange... Jetzt habe ich dich angeguckt. Hey, hey, hey. Komm. In der Höhle ist es immer einfach zu besiegen. Einen hatte ich ja schon. Danke für den... Für die Enderperle. Ah. Ich habe mir hier dann alles... Äh, ich habe mir einmal so... Keine Ahnung, 30 Fleisch oder so gefarmt. Hier Pockjob. Naja, nicht 30, aber so 20. Und dann habe ich hier schön... Bin ich noch durchgekommen. Aber wie ihr seht, ist ja schon alles fast wieder verbraucht. Hier geht's hoch, oder? Ah, guck mal. Ich habe aber keine Ahnung, wo es hingeht. Bin ich ehrlich mit euch. Ähm. Aber ja. So kommen wir dann jetzt draußen wieder zurück. Und danach können wir uns, denke ich mal, auf eine Reise begeben. Da hätte ich nämlich echt Bock drauf. Ähm. Da ist noch irgendein anderer... Hier sind überall Viecher. Was ist... Was bist du denn? Hallo? Okay. Ähm. Ah, guck mal. Aber hier war ich noch nicht. Ich habe auch alle meine Fackeln verbraucht. Lull. Ähm. Aber hier geht's auch irgendwie nicht weiter. Wait. Hier fast kein Holz mehr, aber ich brauche ein paar Fackeln. Falls nötig. So hatte ich keine Fackeln mehr. Hm. Okay. Ähm. So. Gucken wir mal. Hoffentlich finden wir hier einen schönen Weg nach oben und raus. Guck mal, hier haben wir noch Eisen. Nehmen wir natürlich alles mit, damit wir später nicht mehr farmen müssen. Ähm. Ja. Was ich noch sagen... Wollte. Habe ich schon gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ähm. Ich hab... Wir haben ja noch eine Schatzkarte. Wir können uns theoretisch noch auf die Suche mit der Schatzkarte nochmal bewegen. Gleich. Oder wir gehen... Ah, hier geht's weiter. Ich dachte, hier wäre jetzt stopp. Ähm. Ah, guck mal. Wenn wir hier so Sand haben, dann ist das, glaube ich, gut. Also es ist nicht Sand, aber... Au. Das ist Sand. Aber ich glaube, wenn wir Sand haben, selbst ist es gut. Ich hab nur keine... Wieso hab ich keine Schaufel? Ähm. Ähm. Ja. Habe ich noch Sticks? Ja. So. Ähm. Ist das... Ah, guck mal. Wir sind ja schon fast oben. Schauen wir einfach mal Gravel hoch. Scheiß drauf. So. So, und hier sind wir. Schön. Ähm. So, wie ihr seht, vielleicht gerade nicht ganz so viel Energie liegt daran, dass ich, ähm, gerade arbeiten war und jetzt hier, ähm, nach der Arbeit zurückgekommen bin. Und dann... Deswegen, äh, hier ein bisschen aufnehme. Ähm. Auf jeden Fall, wir können... Ich möchte auch nochmal in diesen Ein-Unter-Wasser-Tempel gehen. Den wir einmal hatten. Ich hab nur keine Ahnung, wo der ist. Aber da denke ich noch dran. Weil ich hab gesehen, da gibt's auch eine Kiste. Aber, ähm, ich hab halt keine Ahnung, wo. So. Ähm. Aber erstmal gehen wir, glaub ich, zurück. Schön ins Traute Heim. Und, äh... Ist nur gut, wenn ich wüsste, wo das ist. Ich glaub, hier haben wir die Insel. Ich glaub, in die Richtung irgendwo. Weil, ich bin jetzt hier irgendwo oben rausgekommen. Und ich hab, ehrlich mit euch, ich weiß nicht hundertprozentig, wo das ist. Aber Fleisch gibt zum Glück so viel fucking Essen. Das ist schon heftig. Ähm. Aber wir müssen das hier halt alles erstmal auspacken und so. Ne, guck mal, da haben wir das. Dann müssen wir da in die Richtung. Erstmal komplett in die falsche Richtung geschwommen. Ähm, jawohl, Ski. Ich hab ne Idee. Wieso? Das ist eine Unterwasserhöhle. Wait, ich hatte auch einmal eine gefunden, aber... Ah, okay. Das ist, das ist nicht so ne coole Unterwasserhöhle. Ich hab nämlich eine gefunden, die ist, äh, in der Höhle. Die ist, glaub ich, fast bis nach ganz oben konnte man schwimmen. Die war so richtig, also so richtig lang. Das war schon heftig. Ähm. Ja, perfekt. Anderslos, hab meine Workband natürlich wieder liegen lassen. Und hier haben wir natürlich auf dieser Insel kein Holz. Ja, dann schwimmen wir einfach nochmal weiter. Scheiß drauf. So. Pschuh. Äh, und dann bewegen wir uns jetzt einfach zurück. Ne? Timelapse, wie immer. Bis gleich. Bis gleich. So. Da sind wir auch angekommen. Und es wird sogar wieder Nacht. Ähm. Ja. Wir sind zu Hause. Finally. Ja, wie ihr seht, muss ich hier so ein bisschen Holz abbauen und so. Ähm. Provisorisch hier. So, und wir machen uns erstmal Öfen. Öfen ohne Ende. Wir brauchen Öfen. 17 Öfen. Sollten reichen. Ähm. Ähm. Da machen wir uns jetzt hier erstmal so eine Ofenwand hin. Ähm. Nein. Falsche. Shift. Sorry. Ähm. So. Machen wir uns so richtig schöne Ofenwand hier hin. Ähm. Eigentlich würde ich das hier auch noch in den Ofen hinpacken. Ähm. Stopp. Das passt sogar perfekt. Ne, gar nicht. Ich bin behindert. Man kann ja dann an die nicht mehr ran. Ähm. Ja, das können wir eigentlich auch alles abreißen schon im Prinzip. Weil. Später werden wir das hier natürlich alles umbauen und so. Aber das ist ja erstmal provisorisch nicht schlecht. Jetzt müssen wir. Äh. Ich brauche ehrlich gesagt nicht so viele eigentlich. Aber. Okay. So. Warte. Hier haben wir was drin. Dann da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. So. Jetzt müssen wir einfach nur noch ein bisschen hier Eisen schmelzen. Damit das hier auch alles fertig ist und so. Also halt auch nicht nur Eisen, sondern äh. Ne. Alles was wir haben. Gold, Eisen, alles mögliche. Eigentlich müssten wir in alle 32 reinpacken. Das wäre, äh, glaube ich, klüger. Weil sonst ist nämlich hier gleich alles wieder Ende. Hier kommt das rein. Hier kommt wieder 32. Weil ich glaube. Genau. Jetzt haben wir hier voll. Hier können wir nochmal voll machen. Das kann nochmal voll. Und jetzt brauchen wir nur noch. Ah. Scheiße. Packen wir das mal raus. Hier kommt jetzt das rein. Das kommt. Na, das ist too much. So. So. Ja. Auf jeden Fall so haben wir jetzt bald ganz, 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 ganz viel Eisen. Ähm. Ich hatte doch die Workbench. Ah, ne. Das ist die, die jetzt, die ich, genau, gehabt hab. Ähm. Ähm. Ja. Das ist ganz, die ganzen Baumaterialien kommen in eine andere Kiste, natürlich. Ah, nein. Das ist schlecht. Ähm. Die hier. Da macht das ja noch erstmal die Baumaterialkiste. Kommt alles zum Bauen rein. Also alle so Baublöcke, könnte man sagen. Wir haben hier ja noch ein bisschen was. Und der Rest kommt jetzt erstmal hier rein. So. Da haben wir auch ein paar Sachen, die man auch gebrauchen könnte, theoretisch. Wir haben neun Diamanten. Drei Kürbisse. Paar Kürbissiets. Ich hab ja auch noch ein paar Kisten gefunden. Ihr habt das, äh, natürlich alles verpasst. Aber so haben wir jetzt unser Inventar erstmal geleert. Und wir bewegen uns aber bald auf die Reise. Das heißt, Fleisch brauchen wir natürlich auf jeden Fall. Ich nehme sogar Rottenflesh mit aus Sicherheit. Ah. Ja, wir bräuchten Äpfel. Äpfel wären noch wichtig. Auf jeden. Ähm. Ich hab jetzt keine Kohle mehr, ne? Haben wir irgendwo richtig viel Kohle noch? Ja, guck mal. Hier ist gleich Ende. Pack mal die Kohle raus. Das da rein. Ähm. Hier ist noch nicht gleich Ende. Aber hier können wir auch gleich was rausholen. Da Kohle raus. Wir brauchen auch nicht so viel. Ne? So ein Ding. So ist es ja jetzt nicht. Ähm. Ein paar Fackeln haben wir. Wenn wir die eigentlich nicht brauchen. Wenn wir nur erkunden gehen. Auf jeden Fall, wir gehen erkunden. Auch wirklich da, wo wir gerade waren. In die Richtung. Ich weiß nicht. Liegt das? Muss man in der Nähe dieses Weizenfelds sein? Damit das auch wächst. Weil irgendwie... Es wächst nicht. Das ist nicht... Ich bin da zwischendurch nochmal vorbei gewesen auch. Und da ist noch nichts passiert wirklich. Und ja. Guck mal. Hier können wir schon mal das ganze Zeugs rausholen. Ich hab auch mittlerweile 16 Level. Aber wir haben echt viel Zeugs dadurch. Jetzt. Also ich hab echt viel gefarmt. Hat auch gedauert. Guck mal. Wir haben wieder hier einfach zwei Stacks Eisen und so. Also damit haben wir erstmal ein bisschen genug... Einfach genug da. Ja. Und dann könnten wir... Wir brauchen auch auf jeden Fall Holz. Das können wir auch sofort mitnehmen. Wenn wir jetzt ein bisschen farmen gehen sozusagen. Und... Ah. Ich hab was vergessen. Wir hätten sofort Obsidian mitnehmen sollen. Wenn wir schon in der Höhle sind. Workbench. Brauch ich. Pack die mal hier hin. Ich hab natürlich kein Holz. Also das hab ich. Mehr hab ich auch nicht. Aber wenn... Das ist... Nehmen wir einfach mal mit. Diamond Pickaxe. So. Und... Ähm... Ja. Dann würde ich sagen. Bewege ich mich mal wieder auf dem Weg. Und... Ja. Warte. Ja. Das müssen wir jetzt eigentlich nicht alles rausholen. Hab auch... Jetzt auch kein Holz. Nicht genug Holz, um... Ja. Das ist schon scheiße, ne? Ah. Die Küsten nehmen wir natürlich mit. Können wir auch oben dranhängen. Hier dran. Ähm. Das wird natürlich alles richtig schön gebaut. Das kriegen wir hin, Jungs. Schaffen wir. Hier hab ich auch überall random Holz, ne? Ähm. Ja. Das nehm ich aber jetzt mit. Weil wir brauchen ein Boot. Wenn wir mit dem Boot sind. Dann kommen wir auch ein bisschen schneller voran. Nehmen wir jetzt einfach mal hier alles mit. Und dann bewegen wir uns. Hallo, Creeper. Wie sieht das aus? Na, du machst auch wirklich alles weg, ne? Ähm. Auch beim Eis. Okay. Äh. Ihr habt das auch nicht mitbekommen. Mich hat... Mich hat auch zwischendurch noch ein Creeper getötet. War nicht so angenehm. War zum Glück am Anfang. Hat also nicht so viel ausgemacht. Ähm. Ähm. So. Wir brauchen ein Boot. Zack. Birch Boat. Und, äh. Ja. Let's go. Ähm. Wir gehen aber wirklich in die Richtung. Da war nämlich ja richtig viel Land. Und wenn Land da ist, dann ist das gut. Wir brauchen jetzt nur die Koordinaten. Kommst du jetzt echt zu mir? Ähm. Koordinaten sind 250, 450 im Prinzip. Kann man sich auch leichter merken, so. Gut. Und dann ab geht's. Wir bewegen uns jetzt wirklich. Vielleicht finden wir ja noch irgendwelche Ruinen oder so. Also irgendwie sowas gibt... Wird ja hinzugefügt. Und irgendwas mit den Dörfern wurde auch gemacht. Ich weiß leider nur nicht all... Nicht genau immer was. Ähm. Was aber gut ist, dass wir ein Boot haben müssen. Man kommt nämlich mit dem Boot auch viel schneller voran, auch als wenn man läuft. Das heißt, wir... Glaube ich. Fahren wir einfach mal dem Strand sozusagen entlang. Und, äh. Ich könnte auch ein bisschen talken. Ähm. Zum Beispiel bei Assassin's Creed. Auf das ich mich jetzt extrem freue. Wo auch die ganze Zeit halt nebenbei so ein AFK-Stream läuft. Und, ähm. Ja. Da, also da hab ich halt, äh. Echt. 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 Bock drauf. Ich bin halt gerade ein bisschen abgelenkt. Sorry. Ähm. Ja, ne. Wir gehen jetzt da lang und farmen dann auch sofort ein bisschen Holz. Ähm. Aber, äh. Das kommt... Wenn Assassin's Creed... Werde ich mir natürlich sofort, wenn es möglich ist, holen. Das wird gekauft instantly. Weil ich... Einfach als Assassin's Creed-Fan. Ne. Habe ich schon mehrmals gesagt, glaube ich. Hier haben wir eine Hexe. Ähm. Und ja. Ähm. Hier sind ein paar Viecher. Ich würde nur sagen, als Assassin's Creed-Fan muss das natürlich sofort sein. Das brauchen wir nicht. Dankeschön. Und, ähm. Vielleicht auch die Collectors Edition. Und ich freue mich auf jeden Fall extrem, weil das wahrscheinlich so ein Wikinger-Style wird. Und das gefällt mir schon mal viel besser als Odyssey beispielsweise. Weil, äh. Ja. Ist halt so. Gefällt mir halt einfach besser. Mag ich lieber. Ähm. Jetzt bin ich vergiftet. Die Scheiße. Aber auch. Hier sind auch überall Pferde, aber ich habe halt keine Äpfel. Dafür müssen wir halt wirklich Bäume fällen. Wenn wir Äpfel haben, ich habe nämlich ja einen Sattel, dann können wir hier hinkommen und uns ein schönes Pferd holen. Und wir haben auch kein Name-Tag mehr. Ach. Kacke. Das hatte ich ja mal. Das haben wir, glaube ich, verloren. Wissen Sie, als ich mich gerade frage, wieso habe ich keine Sounds? Ah. Jetzt. Lul. Wieso hatte ich denn gerade keine Sounds? Hm. Aber okay. So. Ich fresse einfach mal was. Wir sind nämlich ein bisschen low geworden. Ja. Und dann pfeile ich mich jetzt ein bisschen holzen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und 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 dann sehen wir uns gleich wieder. Also ein Villager-Update gab es. Ich weiß nicht, gibt es jetzt irgendwas krass Besonderes? I don't know. Das nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Äh, was ist das? Composter. Was ist das? Mit Holz. Ich habe jetzt meine Pickaxe natürlich hier verbraucht. Ich habe Angst, dass ich das irgendwie falsch abbaue. Ich baue es einfach ab. Gucken wir mal, ob was rauskommt. Kommt was raus? Fletching Table. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Aber es gibt ein Fletching Table. Cool. Irgendwas zum Schärfen oder so. Ist das nicht die Kirche oder sowas? Wieso geht es hier hoch und das war es? Okay. Ähm. Sieht nicht so aus, als wäre hier noch was. Gucken wir mal weiter. Auf jeden Fall, das Geile ist natürlich das hier. Die Schmiede gucken wir sofort rein. Da gibt es natürlich wieder schönes Zeugs. Das gab es ja immer. Mal schauen, ob es was Besseres jetzt gibt. Aber Strohballen sind natürlich immer gut. Weil Strohballen heißt auch gleich essen. Und das ist Ton. Ist das Ton? Ne, Terrakotta. Was ist Terrakotta, ja? Keine Ahnung. Aber das bauen wir einfach ab und nehmen mit. Kann bestimmt was mit Schönes bauen. So. Hier haben wir nichts drin. Aber hier haben wir... ...ne goldene Pferderüstung. Äpfel. Äpfel sind wichtig. Rüstung. Ja, aber ich kann meine abziehen, ne? Hier, tschüss. Und dann ziehe ich die hier an. Keine Ahnung. Braue nicht. Was ist das? So, ein kurzer Cut. Wir haben ein Grindstone. Ich weiß nicht, was man damit... Oh, wait. Keine Ahnung, was da rein kann. Auf jeden Fall das nicht. Das auch. Was muss denn da rein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man da irgendwas machen. Hier ist eine Katze. Ich habe keinen Fisch. Scheiße, aber auch. Hallo? Hier funktioniert es jetzt an. Also du hast... Wie kann man besser traden? Auf jeden Fall. Emeralds. Guck mal, wir haben ein schönes Schwert. Ja, okay. Aber auf jeden Fall 15 Kohle. Ein Emerald. Drei Emeralds. Ein Iron Axe. Was machst du? Der möchte nicht. Ich glaube, der ist schlecht glauben, weil ich den aufgeweckt habe. Was machst du jetzt? Ja, Pech gehabt. Ich lasse die Tür offen, ja. Nein, dann lassen wir sie mal nicht sterben, weil ich weiß, dass man irgendwas Neues damit auch auf jeden Fall bestimmt anfangen kann. Okay. Ich dachte, vielleicht wäre hier noch irgendwas Cooles. Hallo, Zombie. So, okay. Ja, das Heu müssen wir eigentlich mitnehmen. Kann man das eigentlich irgendwie auch schneller abbauen? Keine Ahnung. Da ist ein Creeper. Inschallah, er hat mich nicht gesehen. Oha. Da ist sogar ein Eisengolem. Okay. Krass. Hier sind auch auf jeden Fall Katzen irgendwie. Also, es geht noch ein bisschen weiter, das Dorf. Noch ein Bett. Verschiedene Bettfarben sind auch nicht so schlecht. Ähm. Kartografietisch. Was ist denn das alles? Ähm. Fort. Kurz. Ach, scheiße. Ist wieder kurz schwarz. So. Ähm. Wofür man das alles braucht, ist eine gute Frage. Aber das ist ein krasser Golem. Definitiv. Okay, hier waren wir ja drin, ne? Hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir. Gut. Da waren wir auch. Dann müssen wir da weitergehen. Eine Glocke. Es gibt sogar eine Glocke, Digga. Die brauche ich. Ich nehme alles mit. Plündern hier auch ein bisschen. Das Dorf, so wie Wikinger. Aus dem neuen Assassin's Creed. So ein Ding ist das. Äh. Kaufst du mir was? Okay. Ach so, wait. Hier drin waren wir aber nicht, ne? Hallo. Okay. Da waren wir aber drin. Das sieht schöner aus, auf jeden Fall, die Dörfer. Das kann man auf jeden Fall sagen. Er verkauft mir auch nichts. Er auch nicht. Er auch nicht, aber ich nehme die... Ne, grünes Bett habe ich schon, deswegen ist es egal. Oh mein Gott, wo kommst du denn her? Ja, das war's dann mit meinem Heu. Dem Ganzen. Danke dafür, Creeper. Äh. Oh, guck mal, eine Kist. Ah, Brot. Schön. Smooth Sandstorm brauche ich nicht, aber Heu noch. Schön. Kann ich... Nein, ich kann mit dem Nix machen. Okay. Knöpfe. Ja, guck mal, was machst du denn da drin, Junge? Okay, was haben wir hier? Das sieht... Cauldron. Nehmen wir einfach mit. Einfach so. Warum? Weil. Ähm. Gibt's hier noch was? Ne, das war's, ne? Was ist das denn dann für ein Gebäude? Das sieht auch ein bisschen aus wie so ein Rathaus, aber irgendwie... Ja, keine Ahnung. Äh. Hier waren wir auch drin. Da waren wir auch überall. Gut, jetzt gucken wir... Ist auch überall Rottenflash, weil der Golem die alle umbringt. Kann man die irgendwie schneller abbauen? Die Kacke, das Heu. Gibt's dafür irgendwas? Vielleicht mit einer Hacke? Aber das wird halt auch wenig Sinn machen eigentlich, ne? Logisch gesehen. So. Verpiss dich. Zombie. Als Maul. Und verpiss dich. So. Haben wir hier noch irgendwas? Hm? Working Bench. Okay. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Was ist... Ah, das ist auch so ein Composter. Aber diesmal ein bisschen anders designt. Und zwar halt... Wait, das sind Melonen, ne? Ja gut, dass ich Melonen-Seeds schon hab, aber ich nehm die mal... Ne, Betrude. Betrude. Ähm. Ja, gut. Ja, dann nehmen wir sonst das Gold mit. So. Und die Eier. Eier kann man auch mitnehmen. Kein Problem. Hier noch was. Ja, er gibt 22 Karotten. Ein Emerald. Ein Emerald, sechs Dings. Also ich weiß, dass man sich hier irgendwie auch hochfarmen kann, theoretisch. Glaube ich. Wieso... Also, aber Creeper tut er nicht, ne? Der Golem. Uch. Sorry dafür, Freunde. Ähm. Ja, das war's. War das die... Das war das Village, oder was? Ich weiß, dass man irgendwie auch so ganz geile Enchantment-Bücher oder so jetzt durch die bekommen kann, aber... Ich glaube, wir sind durch das Village durch. Hm. Aber ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Vielen, 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 vielen Dank fürs Zusehen. Es hat wieder Spaß gemacht. Und, äh, ja. Wir sind jetzt ein bisschen weitergekommen. Wir werden noch ein bisschen weiter in der nächsten Folge reisen und alles. Und, äh, da irgendwo in die Ferne und dann schauen wir weiter und dann irgendwann kehren wir zurück und dann bauen wir unsere Base. Ähm. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao. Und lasst immer ein Abo da. Ciao. Ciao.